Herzlich willkommen zu Design und Meilenstein auf PC Gaming Welt. So, die Woche war wieder gespickt mit vielen Aufgaben und unter anderem habe ich Pakete entgegengenommen. Ja, es geht stark auf Weihnachten zu. Da wollen wir natürlich das Thema des neuen Rechners auch mal langsam angehen, oder? Ja, ich habe auch ein bisschen Platz gemacht. Wie ihr seht, ich habe die Woche auch renoviert und umgebaut. PC Gaming Welt hat jetzt ein neues Design. Ich hoffe, euch gefällt das. Und auch an YouTube habe ich ein bisschen geschraubt. Da gibt es jetzt einen neuen Banner oben drin. Und wir haben den Meilenstein von über 100 Abonnenten erreicht. Vielen Dank dafür. Sehr geil. Auch das funktioniert natürlich nur, wenn ihr immer fleißig die Like-Buttons und Abonnieren klickt. Gerade das Abonnieren, das hilft da. Und auch die Werbung hat sehr geholfen, denn es gibt einige, die sich hier und da auch mal melden und dann schreiben oder sagen, dass sie mich zum Beispiel in ihrem Forum verlinkt haben. Finde ich toll, wenn es die richtigen Foren sind und da kein Schindluder getrieben wird, finde ich das absolut klasse. Und da dürfen meine Videos auch gerne alle verlinkt werden. Gerade wenn es zum Thema passt, wie Unraid oder Hardwarebau, alles eigentlich, was mit Hardware und Software zu tun hat. Da dürft ihr die Videos gerne teilen und verlinken. So viel dazu. Ja, die neue Hardware für den Rechner ist schon teils da. Da wird jetzt demnächst auch ein Hardware-Bauvideo kommen und da wird es natürlich um die neueste Hardware gehen. Um einen, kann ich glaube schon verraten, um einen Intel i7-Prozessor, um Z690-Mainboards mit DDR5, um ein richtig geniales Gehäuse. Das gefällt mir sehr gut. Natürlich wassergekühlt, wie soll es anders sein. Und mit richtig guter Kühlung natürlich. Es wird diesmal auch ein bisschen neblig werden. Dazu auch später mehr. Und die Hardware wird bestückt wieder mit meiner 6900 XT. Ja, meine AMD-Grafikkarte ist aktuell halt das Schnellste und ich will da jetzt auch nicht weiter wechseln. Es sind sowieso kaum Grafikkarten verfügbar, die man sich überhaupt kaufen könnte. Von daher wird meine 6900 XT wieder einziehen und es wird eine neue NVMe-PCI-Express-Festplatte mit PCI-Express 4 eingebaut, die bei über 7000 MBit pro Sekunde liegt. Also ein richtig schneller Gaming-Rechner. Da könnt ihr euch drauf freuen. Da wird es jetzt demnächst auch wieder ein Video zu geben. Ansonsten natürlich zwischendurch wieder die Unraid-Videos, sobald ich sie fertig kriege. Die werden natürlich auch weitergehen. So, wenn euch die Videos gefallen, das neue Design, lasst ein Like da und auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und somit wünsche ich euch eine schöne Adventszeit und wir sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.